Till Lindemanns Solo-Projekt Zunge ist in aller Munde. Die Solo-Auskopplung ist raus, das Album kommt Anfang November raus, allerdings nicht vermarktet von Universal Music. Das steht mittlerweile fest. Es ist eine unglaubliche Dreistigkeit, was sich hier der langjährige Partner von Rammstein, der sich mit dieser Band eine goldene Nase verdient hat, geleistet hat, wie er gekuscht ist vor den Angriffen am Markt und den ungerechtfertigten Anschuldigungen. Aber all das besprechen wir in diesem Video. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Mein Name ist Chris und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Wir informieren euch aktuell über die Ereignisse rund um die Band Rammstein, aber auch im Gesonderen rund um Till Lindemann. Und da gibt es derzeit einiges zu berichten, nicht nur über das Solo-Projekt und die Auskopplung von Zunge jetzt als Solo und das Album im November, sondern auch wie es weitergeht mit Shelby Lynn. Seit gestern steht es fest, Shelby Lynn, diejenige, die den ersten Stein aufgehoben und Richtung Till Lindemann und Rammstein geworfen hat und damit Ende Mai, Anfang Juni den Skandal ausgelöst hat, stand gestern im Brennpunkt, denn die Anklage gegen sie wird offensichtlich geprüft beziehungsweise von der Staatsanwaltschaft in Litauen vorbereitet. Das ist so Stand der Dinge. Was aber gestern unterging, ist eine ganz andere Geschichte, nämlich das aktuelle Solo-Album Zunge von Till Lindemann wird nicht bei Universal verlegt. Seit gestern ist es nun Fakt, das berichtet Zeit Online. Genau genommen heißt es da, neues Solo-Album von Till Lindemann erscheint nicht bei Universal Music. Der Musikkonzern, seit langem die Plattenfirma von Rammstein, wird das Solo-Album Zunge des Sängers nicht veröffentlichen. Es soll dennoch am 3. November und damit pünktlich zum Start der Solo-Tournee in Leipzig herauskommen. Ganz ehrlich, die verdienen sich seit Jahrzehnten eine goldene Nase mit Rammstein. Das ist die Cash Cow im Stall von Universal. Und als da über Shelby Lynn ausgelöst diese Verdachtsmomente im Raum standen und setzte die Promotion aus. Das war damals ein halbgarer Schritt, ein ziemlich brutaler halbgarer Schritt, weil man hat die Kasse geöffnet und hat weiterkassiert, denn ihr, die Rammstein-Fans, haben nicht nur die Treue der Band geschworen und Tickets gekauft für die Tour, sofern noch welche zu haben waren, sondern man hat auch wieder Alben geordert. Und das nicht zu knapp. Zeitweise waren bis zu 10 Alben in den Top 100 Charts in Deutschland. Das heißt nichts anderes, als dass Universal am Skandal partifiziert hat. Man hat nur die Promotion eingestellt. Für Rammstein war das kein Problem. Jetzt für Lindemann könnte es insoweit eins sein, weil Zunge wird jetzt im Eigenverlag erscheinen. Und was das heißt, schauen wir uns mal an, indem wir uns die Publikation von der Zeit online ansehen. Till Lindemann und Universal Music haben im August, also schon letzten Monat, sowas braucht nämlich einen gewissen Vorlauf, entschieden, dass man die Zusammenarbeit für dieses Projekt aussetzen wird. Das für Herbst 2023 geplante Solo-Album wird somit nicht von Universal Music verlegt. Nicht nur nicht in Deutschland, sondern auch zum Beispiel nicht in Dänemark. Diese Entscheidung ist noch gefällt worden, bevor die Staatsanwaltschaft in Berlin die Ermittlungen eingestellt hat. Es kam ja zu keinem Zeitpunkt zu einer Anklage. Stattdessen erscheint das Album mit dem Titel Zunge am 3. November 2023, offenbar im Eigenverlag. Auf der Webseite von Rammstein ist das Solo-Album des Frontmanns der Band als CD, Vinylplatte und sogenannte Fanbox mittlerweile vorbestellbar. Das habe ich euch schon gezeigt. Ich zeige es euch hier auch noch einmal. Die Informationen erhaltet ihr auch hier zum Abrufen in der Videobeschreibung. Es gibt sie als CD, es gibt sie als Vinyl und als Fanbox mit einem Schmankerl. Bei dem Schmankerl handelt es sich um ein wunderschönes Kissen in Form eines rohen Stücks Fleisch. Wer Till kennt, weiß, er hat immer etwas Besonderes auf Lager. Das ist Teil der Fan Edition. Wie gesagt, die Möglichkeiten zur Vorbestellung gibt es hier unten bei uns in der Videobeschreibung. Die CD, wie auch das Vinyl, wird es derzeit noch nicht zum Ordern geben. Wir haben es gecheckt, also bei Amazon oder bei anderen Online-Diensten sind die physischen Tonträger noch nicht erhältlich. Was aber offensichtlich funktioniert, sind bei iTunes und bei Spotify die Downloads von Zunge jetzt als Vorab-Auskopplung. Bei Apple Music und bei Spotify sind sie also abrufbar. Dort ist das Copyright lediglich mit Till Lindemann vermerkt. Ein kurzes Update dann noch zur Tour. Die Tour findet planmäßig statt. 24 Termine. Kein Termin in Berlin. Das ist verwunderlich. Beziehungsweise, ich glaube, da hat er auch seinen Stolz. Es finden in ganz Europa, in den Hauptstädten und in vielen Hauptstädten Europas finden Konzerte statt. In Paris und in London, aber eben nicht in Berlin. Zehn der Konzerte sind schon ausverkauft. Die anderen werden sukzessive jetzt wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen und Wochen folgen. Ja, und was da noch im Raum steht, und das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen, sind jetzt die Präsentationen der Anklage. Wir haben zwei Sachen für euch noch vorbereitet, die wir heute im Laufe des Tages noch online geben. Deswegen abonniert jetzt am besten diesen Kanal. Drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Was wir auf eure Empfehlung hin uns angeschaut haben, sind die Shea Belin Paper, der Report, der publiziert wurde. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Dossier mit allen Aussagen, die Shea Belin in den sozialen Medien in den letzten Wochen und Monaten getätigt hat, seit dem Skandal damals in Vilnius. Das ist ein umfangreiches Datenmaterial. Wir haben das heute Nacht einmal erst durchgesichtet. Es ist ein bisschen problematisch, weil in der Quelle ist die Herkunft nicht erkennbar. Aber die Verlinkungen sind sehr, sehr valide gemacht. Dieses Dokument werden wir aufbereiten, in Teilen besprechen und euch auch zum Download zur Verfügung stellen. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Denn dann wisst ihr auch einmal zusammengefasst, was diese Frau so von sich gegeben hat, wie widersprüchlich das alles ist. Und warum dieses Konvolut an Informationen, die sie lawidenartig über den Markt gekippt hat, so spekulativ war. Und warum hier damals auch die Polizei zunächst einmal nichts gemacht hat und auch die Empfehlung gegeben hat an die Staatsanwaltschaft in Vilnius, dass man hier nicht ermittelt. Und erst auf den Druck von Shea Belin hat man die Ermittlungen kurzzeitig eröffnet, dann aber sofort wieder niedergeschlagen, weil sie verwickelte sich mehr und mehr in Widersprüche. Aber das werden wir heute in dem separaten Video noch für euch aufarbeiten. In dem Video unterhalten wir uns auch dann darüber. Auch da haben wir die Informationen mittlerweile aus Litauen erhalten. Nämlich anders als in Deutschland sieht die Rechtslage bei Verleumdung und das ist der Tatbestand, dessen Rahmen hier ermittelt wird gegen Shea Belin. Es geht um Verleumdung. Und der Rahmen der hier in der Rechtsprechung anfallenden Höchststrafe sieht in Litauen etwas anders aus als in Deutschland. Aber auch das werden wir euch heute zu gegebenen Zeiten noch in dem Video mitteilen. Also, ihr bekommt von uns die Informationen, sobald wir sie haben, geprüft haben. Denn das solltet ihr hier bei diesem Kanal, bei unserem Kanal mittlerweile mitbekommen haben. Wir publizieren nichts, was wir nicht vorher doppelt cross gecheckt haben, damit ihr sicher sein könnt, wenn ihr von Habitat Lebensraum Deutschland Informationen erhaltet, dann sind die valide und mit denen könnt ihr umgehen. Die könnt ihr auch weiter teilen. Reinen Gewissens, dass ihr hier nicht auf irgendeine Dampfplauderei oder auf Annahme, Mutmaßung und Spekulation reinfällt, sondern dass wir die Informationen nach höchsten journalistischen Gesichtspunkten, so wie wir es mal gelernt haben, überprüft wurden. Und deswegen brauchen wir da heute jetzt noch ein bisschen, also heute im Laufe des Nachmittags, ich schätze mal so gegen 17, 18 Uhr, werden wir die online geben können. Wenn ich heute sage, meine ich Freitag, 15. September. In diesem Sinne, ihr werdet von mir hören. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergesst nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.